so links und rechts lang, nein, da lang, wo nirg, fest nicht ist. mal looten. wenn man auf die karte sehen würde, wisst man das. ja. ja, wenn ich dir erst noch zeig. eben, deswegen, ja. ach, guck mal da unten. noch so fliecher rum. ja, die sind wieder gespawnt, alle. ok. ja. mord ist sein hobby! das ist fletcher. kennt sie das? warum? äh, nur alte serie, mord ist ihr hobby. ich kenn die. sehr gut sogar. ja, weil ich grad gesagt hab, mord ist sein hobby. ah. wahrscheinlich kommt das deshalb hinterher. irgendwie sagen die leute immer was anderes. je nach, äh, spielder. mir hast du gerade das nicht gesagt. ok. ich dachte, ich hab das mal synchronisiert. ich weiß es nicht. irgendwie ist es anscheinend nicht so viel Hilfe. naja. es ist mehr xp, es ist mehr xp, es ist mehr xp. es ist mehr xp, es ist mehr xp. es ist mehr xp, es ist mehr xp. ihr seht heiß aus. wisst ihr das? ich nicht. das war aber eben. mal ganz kurz. kommt ab und zu mal vorhin. ja. da ist das oder kommt dann noch was? oh ja. da war noch eine spinne. da hätten sie noch mehr. ja. ja. die spinne. die spinne. jetzt bin ich hier ziemlich heiß. irgendwie. hui. die xp. das war es. das war es. clutch. Jaa. jaa Vier. ah ok, wenn ich schießt ist es. Wobei ja, auch wenn ich hier gedrückt halte. ja, das war eigentlich. Ich bin ja nicht sicher. Multitasking ist nicht möglich. Gott. Wieso wollen wir denn nicht treffen? Ich wollte die Nummer hochheben. Dass es über die Entfernung geht, ist schon krass. Ich hab gerade gesagt, keine Reichweitenbegrenzung. Ja. Flieg und Sieg. Great. Okay, das hätten wir. Da ist noch einer. Ja, aber den können wir jetzt noch mal sein lassen. Oder Deathstrap, ihn sein lassen lassen. Du warst schwach. Ihn Deathstrapen lassen. Aber ist jetzt so viel Zeug da unten? Ja, willst du runterspringen? Dann rennst du aber allein wieder hoch. Ja, ich weiß. So. Alter, Deathstrap, der ständig in mich reinklippt, weil er immer... Hm. Selbst wenn du Roland vor diesem Firehawk rettest, die Crimson Raiders sehnen sich nicht gerade nach dieser Welt. Weißt du was? Ich glaube, du verdienst deinen kleinen Tipp. Mein Geheimnis hat damit zu tun, dass der Widerstand sterben und ich mich kaputt lachen werde. Warum hat wer jetzt auf das Fass geschossen? Ich weiß nicht. Ich? Und warum fragst du? War nicht noch was neben? Doch, war es. Gut, dann... Jetzt ist natürlich nichts mehr daneben. Schon bald. Ehm. Doch, Feuer-Schaden sind ziemlich, ziemlich schlechtes Zusatzschaden. Aber ich halt auswechseln kann. Ist ein Explosiv-Schaden mit dieser Pistole gerade ganz angenehm irgendwie. Ich muss kurz meine Heavy-Maschinen damit austauschen. Ist aber für dich nicht so verzieht. Lass es schießen. Heilung, ja! Tue ich jetzt, tue ich jetzt. Keine Sorge. Ah, Headshot. Hey. Ach, Tragssicherheit ist sowieso überschätzt. Ecker. Ich hab's nicht mehr über die Physik ansehen. Also wirklich. Mord ist dein Hobby! Erbt dann einfach. Muss jemand geheilt? Respekt für den Robot! Unterbrich dich nicht selbst, Mädel. Es kommt nicht gut. Kurzer Test. Okay, mit 1, 2 und 3 schalte mal Waffen effektiv durch. Ja. Ja, natürlich. Was hättest du denn gedacht? Es ist zumindest irgendwie ein Shooter, das Ding. Ja, ich hab... Ich weiß nicht, welche Wache welcher Taste bange liegt. Ja, Aschenmund-Camp. Oh. Jetzt kommen sie schon wieder auf. Interessante Reaktion. Was? Ne. Ach, ach nein. Na ja. Es geht lieber gut. Geht hier, der Schöter. Wies geht's über... Oh mein Gott, was ist das denn? Ich bin... Spack schon wieder. Wurde halt Spack. Nicht mehr lang. Gut, passt. Noch einer. Dinge und Sachen und Zeugs. Hi. Das wird jetzt noch nicht spät. BAM! Zeit für Roboter-Action! Ah, jetzt hat sie es bei mir gesagt. Mord ist dann aber... Okay. Das hat mich getötet. Ich weiß nicht, schaffst du es? Da hier ist ja nichts mehr. Fuck, davon ist noch was. Oder was weiß, was nerven ist. Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen. Nur für High Five! Hehehe. Gut. Hey, was? Eine extra Arm für High Fives bauen. Eine extra Arm für High Fives bauen. Okay. Das hat mich auch ungewirrt. Das ist ungünstig. Nein. Hehehe. Ich komm schon mal in die andere Seite. Du machst den? Okay, du machst den. Oh, das mal Leben wieder auf den Insien. Oh, geile Waffe. Was denn? Ja. Die ist verland ungenau. Die wird genauer wenn du schiebst. test sie aus perfekt für mich soweit oh die wird aber ziemlich genau wenn man schießt nicht cool hier ist auch noch ein wappenkist die hinten okay immer nur handfeuerwaffe ja wundert mich gerade auch durch nur pistolen haben ich würde ja gerne mal auch mein mg finden oder so aber das wird irgendwie nix und sind dinge alle nicht mal so nicht gut brauchen alles nicht egal ich sag es ein sonderlich gut ist nichts von meinen aber besser als der kram die hier rumliegt das ist das versteck des firehawks sei vorsichtig freund mach dich auf jede menge fallen gefasst ja das fahrs das fahrs oh gott ja den hab ich Super. 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 Sehr richtig. Na warte. Komm den kriegst du. Na komm. Abkill. Magasingröße, Genauigkeit, weniger Schaden. Ne, das ist wieder so eine... Ekelhafte. Boah ey, das ist volle Ekelhafte. Boah ey. Nachladen. Vor allem, ich lad nie nach, ne? Ich schieße eine Waffe leer und dann nehme ich die nächste. Weil mir das nachladen immer so lange dauert. Geht links oder geradeaus? Ich finde das Problem, ich muss immer zweimal nachladen bei allen Waffen. Würde sagen rechts. Meinte ich eigentlich auch. Leiter und irgendein tieferer Bereich. Ich weiß nicht. Who cares? Kein Fallschaden, ho. Hyperion, hier. Entdecken. Ah. Hä? Entdecke zwei der versteckten Kamerasymbole. Das war irgendwie so eine Herausforderung, keine Ahnung. Ah, okay. Ist ja sehr versteckt hier. Ist ja nur so ein riesen Schwimmbad hier. Riesenschwimmbad. Was auf den Gedanken. Wenn man das mit Wasser befüllt ist, ist das ein super Schwimmbad. Ja, das ist ein großer Eisfläche. Ist alles ein gutes Schwimmbad. Das war knapp. Ja, aber das ist so ein total abgeschlossenes Ding eben gewesen. Jetzt. So, keine Öffnung, nicht mehr außen. Total gerade nach unten, alle Wände. Ah, ja, everywhere. Und sie rennt nochmal durch. Genau in die Flamme. Ja. Oh, egal. Vor allem, es heißt noch, hier können überall Pfeil sein und du rennst einfach in Ehezeiten rein. Safety last. Safety last. Oh Gott. Hi. Nichts für Leute mit Höhenangst. Das Geräusch der Erdbeben beweist, dass meine Bohrer der Kammer immer näher kommen. Ich meine, ich hörts zwar eigentlich eher das Geräusch von einem schreienden erwachsenen Mann, aber... Hehehehe. Ausrüster. Amo-Damm. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? Du kannst... Sachen... Annehmen, die ich vertraut bin. Eine weitere Herausforderung gemeistert. Ebenso. Hat er irgendwas dabei, was ich brauche? Ist immer so mitfühlend. Nicht sterben, ich brauche dein Geld. Ah, nett. Sehr, sehr nett. Ach, soll ich jetzt machen? Halbtot? Ah, das kriege ich wieder hin. Soll ich den Nordkassenmord nehmen? Äh... Ah, das ist wahrscheinlich das Buch gewesen, was du letztes Mal dabei hattest. Hatte ich auch. Ne? Aber ich glaube, das habe ich irgendeine Nehmung fest oder so bekommen. Fein drin. Ja... Keine Ahnung. Wenn's besser ist, als das, was du momentan hast... Das war ja sicher nicht. Ich hab ja momentan gar nichts. Achso, ja, dann nimm mit. Hast du das nochmal genau? Maximale Gesundheit plus 51. Magazingröße plus 20%. Ja, das ist nice. Sieht gut, ne? Also plus 19%, aber hey. Heißt, dass ich kann... Ja, ich kann mit meiner Schrotplinte einmal mehr schießen, bevor sie leer geht. Hey. Das ist gut. Weil die dauert ewig zum Nachladen. Seit Ende. Oh Gott, wie sieht das Buch aus, was hier jetzt um mich rumhängt? Lila-Gelb, das passt so richtig gut. Okay. Vor allem so Bettdecken, so, 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 so... Alte Leute, Gardinen-Lila und dann gelb. Was passiert da hinten? Nicht vorrennen. Bin ich gar nicht. Bin genau hier hingegangen, wo du jetzt stehst. Dann ist irgendwas passiert. Ja, hinten sind Leute. Ich geh jetzt hier lang. Ich bin nämlich ne tolle Waffenkiste wieder. Das ist keine Waffenkiste. Nur ne Kiste. Okay. Alles weg. Erstmal Medipack, falls wir eins... Oh ja. Ja, okay, dann nicht. Dann nimm halt alles gleichzeitig mit. Das muss man aber noch verbessern, ja. Oh, Leute. Du kannst die Schrot ausrichten. Du hast hier nichts verloren. Okay. Oh. What? Engel! Moment. Not quite. Firehawk? Lilith! Das war ein sehr männliches Tagchen. War es auch. Die Banditen nennen mich Firehawk, aber ich heiße Lilith. Ich bin wie du bei den Raiders. Ich halte die Banditen in Schach, damit Roland in Ruhe gegen Jack kämpfen kann. Naja, lange Geschichte. Jede Menge innere Blutungen. Könntest du mir aufhelfen? Gerne. Wie denn? Ah. Damit heilen, ne? Ich helfe. Der Zuhälter hilft. Ich brauche ne kleine Stärkung. Besorg mir ein bisschen Eridium, ja? In einer meiner Stahlboxen sollte was sein. Will die erst Eridium essen, oder was? Ja, scheinbar. Ich meine, wie sonst denkst du, dass die diese seltsame Fähigkeiten bekommt? Nicht durch Quatzentals Frühstück. Ja, das ist das Zeug. Ich weiß ja nicht, wie die innere Blutung liegt. Wahrscheinlich auch durch Eridium im Magen. Danke sehr. Hm. Jep. Sie ist auch ne Sirene, schon vergessen. Ein bisschen anscheinend. Nee, das ist ne Sirene. Dabei hab ich den ersten Teil nie gespielt. Danke. Du wirst bestimmt zu Roland, was? Er ist nicht hier. Die Bloodshots haben ihn geschnappt. Jetzt sind sie übermütig. So hart haben sie mich noch nie attackiert. Krass, die Karte ist voll kaputt von dir. Ach was? Jetzt wird's richtig lustig. Ich seh zu, dass ich ein Paar für dich phase. Die Tuka-Pepchen haben ihn zurückgelegt. Das kann ich selbst. Mach das sehr gut, ja. Der hat in Eridium fallen lassen. Wow. Deathcrap, ne? Deathcrap ist echt... Ist echt? Ein bisschen ätzend, weil der im Gesicht hängt. Das ist eigentlich, weil ich hinter ihm. Ist natürlich ungefragt so hilfreich. Ich hab euch vorher warnen, dass er nach Lickin kommt, oder wie? Oh, ganz schön! Achtung, Badasses? Sehr cool. Badasses! Aber man hört auch die Leute rumabern immer. Drauf! Sterbt. Oder nicht. Und dann? Ja. Ja. Nice. Hey. Was lag da? Was ist das? Fast Cannon. Felles Maschinengewehr. Die hat voll Schaden gemacht. Der hat die jetzt aufgehoben. Okay. Weil das hier wichtiger ist, als hier irgendwie draus achten, dass man stirbt. Wow. Ja, da unaufensichtlich. Ich weiß nicht einmal so ein bisschen abzulenken, aber das geht ihm scheiße. Das ist voll die komische Kanone, Alter. Das ist gar kein MG. Die verzieht aber ganz schön, oder? Kann das sein? Die hat vor allem auch gar kein Autofeuer. Die stand wahrscheinlich dran. Wie der Tod, Herrgott, Junge. Ja, fließe Waffe. Ach, fließe Angriff ist. Ähm. Wer sagt Munition, es ist doch nicht vorbei! Mal ist die jetzt hier wieder hin. Ja. So. Dann lassen. Mal angucken. Voll das Müllteil. Voll das so schnell, wie du abdrücken kannst, ja. Ja, ja. Vor allem, wie sie trotzdem als DER Firehawk angetitelt ist. Mhm. Das ist publikativ. Da, Granate. Ja, jetzt nimmt man das im Geh nehmen. Okay, dann nehm ich das wieder mit. Wir sind gerade beim Kämpfen, als es mir aufgefallen ist. Ja, ja. Sag nicht ja, ja. Da. Ich hab ihn gemerkt. Ah da, wer der ist. von uns 7 Dykes. Hallo? Hä? Danke, ich hab den nicht hoch oben gekriegt Habt ihr mir so schön Heilung verteilt Da ist dann der Schott Super, da kommt noch einer Ja Ja, natürlich, sagt nach, komm Noch zwei Nein, du warst schon immer mein Liebling Schon Geht auch schnell, dass man gucken kann hier Keine Munition Geil, meine Handvoll Waffe, äh, meine Pristole, keine Muni mehr Ja, Gott Das wird auch nichts mehr heute Lass mich einfach mal in Ruhe, ich mach den Dirk gleich kaputt Hast du das noch an der Zeit? Ja Komm, den kriegen wir noch Ja, keine Ahnung Geist Ja, Sekunde Wo steckst du, da steckst du Ja Okay, nice Let's trap two of us Ich hab deine Note, ja Ich muss gleich Kobi erstmal heim, weil der schneller stirbt als ich Ich bin echt tot Das war knapp Au, scheiße, jetzt bin ich auch da Nice Oh, Kobi lebt grad noch die Nein Ach, du bist grad gespawned, okay Also nicht okay, aber Hilfe, rett mich Ich kann nicht Ich bin selber mal am Leben am Camp Ah, ich bin tot Der trap two of us, okay, oder auch nicht Alle tot Aber beim respawnen kriegt man ein bisschen Muni Ja, verliert aber ein bisschen Geld Ich weiß Geil So, du machst das sehr gut Holy fuck Ich bin auch am Plan von Köln, verdammt mal Ja, komm, du mich auch Ich läge mich einfach hier dreimal über die Rehling, ey Guys Hey, ja One down Nice Got him Ja, das war super spaßig Willst du mir noch ein Stück, Iridium? Nein 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 Wenn die dafür gleich wieder so Angel Power hier macht, dann gerne, ansonsten mit Die ist besser als meine Auch als meine Besser als alles So, ich hab erstmal ein paar Waffen aufgehoben, ich schau mir jetzt in meine Ruhe an, kurz Ich hab nämlich eine blaue Waffe bekommen, oder? Hier ist noch Heilung hinter der Kiste Ja, ich heil mich grad selber Ja Tue ich nicht, aber egal So, was macht diese blaue Waffe besser? Ich bin der Einzige, das ist hier Wir können uns alle heilen, wenn auch sehr langsam Ja, aber ich kann mich mega heilen Ja, schön für dich Hier, mag die jemand von euch? Welche wo? Die dich hat fallen lassen, hab lassen Oh, was ist das denn? Äh, die ganze Zeit ist schon aufgehoben Ich seh ja keine Nee, lass mal, nee, nee, die liegt da noch Blaue Waffe So da, die blaue Äh Alter Ist das ne Shotgun? Ich will wirklich Naja Ich will ne Shotgun Wie viel Schaden macht die? Die macht 29x13 29x13 Das ist schon gut, ja, das ist schon verdammt krass Frage ist, wie viel Money verbraucht die immer Okay, jetzt hab ich Lags gerade Kanzler? Ja, das ist das Zeug Ja Gibst du's mir? Was? Wo? Wo ist es hin? Ich hab's da zu der anderen Waffe geschmissen Ah Gott, was ist das? Die macht Explosivschaden auch noch, oder was? Das ist ja voll das Monster Dafür noch ne andere Shotgun haben Alter Die ist nicht schlecht, aber mit dem Zoomen kann ich ja nichts anfangen